Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie beim Kanal Rovido Paisida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. So war zumindest der Anspruch hier. Ich sitze hier gerade bei meinem Sessel und das heißt aber, wenn Sie mich sehen, dann bin ich im Online. Ja und davon handelt auch das Programm des Kanals, indem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft zu dokumentieren und für mich nachvollziehbar zu machen, wie sie sich hier bei mir vollzieht. Also ob ich jetzt ein Modernisierungsverleger bin oder mich in die Richtung der Modernen bewege, ob ich jetzt hier zum Homo digitalis, dass ich mich selber transformiere oder ob ich zum Homo dementis hier vegetiere. Also da gibt es dann verschiedene Varianten und das Demente kann natürlich, wenn Sie sich an Manfred Spitz erinnern, natürlich nicht nur von dem von dem Digitalen her rühren, sondern natürlich auch aus Krankheiten und vom Alter sowieso. Ja, also das ist der Kanal und ich freue mich, dass du dich hier wieder eingeschaltet hast und von daher werde ich jetzt wieder ein paar Punkte zu gestern sagen, jeden Tag. Also gestern war der 30. Heute ist der 31. September 2019. Wir haben jetzt 8 Uhr am frühen Morgen und ja, ich bin auch auf oder schon auf und es gibt heute wieder ein Thema zum Anlauf. Ein Thema Punkt, ähm, Gesundheit, Beine, dem Punkt Ernährung, Diät, dem Punkt Lektüre und dem Punkt, ähm, ähm, ja, TV-Zeit, Gehirn, Streaming und so weiter. Ja, ich weiß nicht, ich bekomme nicht alle Punkte gefüllt. Ich habe nicht so einen Punkt, was zu sagen, aber das sind immer eine Standard-Fünf-Punkte, an denen halte ich mich hier fest, weil ich ja etwas improvisiere und, äh, versuche das so echt wie möglich zu machen. Ich habe hier keine Konzepte, keine Unterlagen und so. Einfach so spontan, was mir so einfällt. Okay, also Thema 1, OnLive. Ja, OnLive habe ich gestern, äh, sechs Videos gemacht, glaube ich, sechs Stück und damit habe ich 2006 Videos im Juli gemacht, bisher, mit den sechs Stück. Und es waren von den sechs Videos fünf dabei, die jetzt mit dem neuen Programm WGS Pro von Magix, ähm, in der Version 14 hier verwendet wurden. Ist das eine Werbung? Andere Programme? Ich habe ja noch andere Programme von Naidoo Premiere und so weiter und so weiter. Ja, also das Nummer fünf, das ist jetzt das 15. WGS-Programm, das ich gemacht habe, innerhalb von kurzer Zeit. Ich habe das Programm noch nicht mal eine Woche und versuche jetzt erstmal den alten, den alten Standard, den ich vorher mit dem anderen Programm schon hatte. Also meine regelmäßig, meine zwei Müsli-Videos, meine zwei Sportvideos und, äh, ein bis zwei, äh, Lava-Videos hier, mein Sissen und mein Tagessport. Die versuche ich jetzt erstmal mit, äh, WGS umzusetzen und hochzuladen und dabei auch so ein bisschen zu variieren mit, und spiele dann damit, äh, Titeln herum und versuche dann dies und das. Ähm, ja, gestern habe ich was ausprobiert. Ja, auch wieder auch mit den Titeln, äh, also bei den Titeln, äh, die haben dann so Animation und, äh, die gefallen mir eigentlich nicht so, aber was soll man machen, muss das nehmen, was da ist, ne? Der Mund ist wieder trocken hier. Ja, jetzt geht es besser und, ähm, von ja, also, sechs Videos gestern und damit 2006, äh, 206 im, im Juli. Heute kommen da mindestens vier dazu, dann komme ich auf 210 im im Juli. Oder vielleicht 212, wenn es viel werden. Okay. Eine gute Zahl, eine gute Quantitätszahl. Aber ich sag mal, die Quantität sagt dann nichts aus. Zwar, 200 Müllvideos mehr oder weniger, was kümmert die Welt. Aber, ich sag mal, ähm, es ist für mich jetzt hier wichtig, dass ich jetzt mir die neuen Routinen erarbeite für das neue Programm und dass ich mit den neuen Routinen dann da, dass, damit die Videos hier flüssig, ähm, ähm, produziert werden können. Also damit, das heißt also, dass ich dann nicht bei jedem Schritt erstmal überlegen muss, erstmal nachschlagen muss, was mache ich, wozu ist dieser Punkt da und dieser, sondern dass das ruckzuck geht. Ruckzuck. Ja, und in diesem Sinne habe ich schon gute Fortschritte gemacht für die erste Woche, sag ich mal. Ich habe auch die interaktiven To-Tools durch oder fast durch. Und, ähm, ja, Sorgen machen mir immer noch die, die Render-Zeiten, weil das ist doch ziemlich lang. Also das siebenfache, Faktor sieben bei der Renderzahl, das ist doch arg lang. Und, ähm, das würde ich gerne verkürzen. Aber, ich habe jetzt gestern auch nochmal gelesen, da über Thema Grafikkarte und PC und, ähm, dass, egal was man für eine Grafikkarte einbaut, auch die billigste, die führt mindestens zu einer Halbierung der Zeiten nach diesem Artikel. Also auch die billigsten Karten sind schon gut und zwischen den billigsten und den teuersten ist der Unterschied gar nicht so gewaltig. Also bei der ersten Karte ist der Unterschied am allergrößten, aber jetzt zwischen der, der allerbilligsten und der billigsten oder der allerbilligsten und einer Mittelschichtskarte ist der Unterschied nicht so gravierend. Also beim, bei der Bearbeitung von Videos. Nicht jetzt beim Thema Gaming und so. Da sind das Spiel natürlich andere Gründe eine Rolle. Ja. Ja, die Favoriten sind immer noch RX 460 und die 480. Ich habe jetzt heute nochmal nachgeschaut, wie das mit den Anschlüssen aussieht bei meinem Monitor. Also DVD, D, Dual-Link sollte hier funktionieren, mit der neuen Karte, wenn die das anbietet. Und, ähm, HDMI ist natürlich sowieso. Aber ich meine, mein Monitor hat gar keine HDMI. Ja. Der hat DSUB, der hat, äh, DVD und dann, ähm, ne, das war jetzt der, der Prozessor, ja. Das war jetzt, äh, das Mainboard. Was das anbietet. An Anschlüssen. Ja, momentan läuft der Rechner hier mit auf DSUB. Bei, ähm, bei 16.0 x 21200 oder so ähnlich. Ich weiß es nicht so genau. Jetzt aus dem Kopf heraus. Ja. Also eine Grafikkarte wird her müssen und, äh, und, ähm, eine SSD auch. Beide Sachen werden wahrscheinlich dazu führen, dass der Rechner auch flüssiger läuft. Und beide Sachen werden dazu führen, dass vielleicht auch die Videos schneller gerendert werden, schneller bearbeitet werden können. Und je nachdem welche Karte ich habe, kann es sein, dass sogar das, äh, Resolve, da das DaVinci Resolve hier läuft. Weil der der RX 480, das ist schon eine starke Grafikkarte, schon ein starker Prozessor. Der leistet schon einiges. Die Frage ist jetzt, ob mein Netzteil ausreicht, für die 480. Der hat, braucht, glaub ich, 170 Watt maximal. Bei voller Auslastung. Aber mein Prozessor braucht eigentlich nicht nicht so viel. Und, ähm, wenn dann die, die Festplatte rauskommt, dann habe ich ja nur noch Stromsparen der SSD drin. Das sollte dann auch nicht so viel ausmachen. Und die Lüfte und so, das hat nicht so viel. Die, die und die Prozessoren, da die Speicherchips eigentlich auch nicht. Die 16 Gigabyte. Das sollte zu schaffen sein. Mit meinem Netzteil. Ja, wenn alle Stricke reich sind, muss man vielleicht auch noch ein neues Netzwerk kaufen. Noch ein neues Netzteil kaufen, nicht kein neues Netzwerk. Ja. Also dieser Spleen hier im Kopf, der, der Wurm im Kopf, im Hirn, der bohrt da weit herum, bohrt Löcher. Und, äh, ja, mit der Zeit sich immer klarer. Ich habe jetzt ja auch bei GTX, gibt das ja auch eine günstige Karte. Die TDI, die GTX 1060 und die TDI und die GTX T1050I oder so. Auch TI. Wobei ich jetzt nicht weiß, wozu die ab, die Abkürzungen da so genau sind. Wofür das TI steht und so. Ja. Das war das. Also, Anlauf sieht gut aus momentan. Dann, äh, Punkt 2, Gesundheit, Beine. Ja, Gesundheit ist heute gut. Keine Schmerzen heute. Erstaunlicherweise. Und, ähm, gestern habe ich wieder 20, 25 Minuten bin ich gestern auf dem Laufband gegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt daherkommt, ob jetzt hier alles stärker wird. Oder, ähm, also die Sehnen und so. Die Muskeln natürlich sowieso, dass das stärker wird. Und, dass ich dadurch dann auch vielleicht weniger Schmerzen habe. Ja. Kommen wir zum dritten Punkt. Einhärung und Diät. Ja, heute ist der fünfte Tag in der ersten Woche des dritten Zykluses. Oder auch in der fünfundzwanzigsten Woche, könnte man auch sagen. Ja, der dritte Zyklus geht also von 24 bis 36. Und, ähm, ja. Ziel ist heute das Gewicht zu reduzieren und, äh, auch unterst mit Geduld. Also kein Fett und kein, kein Fleisch und sowieso. Und, ähm, Kalorien reduziert aber nicht. Ja, gestern habe ich also mal ein Smoothie gemacht, gegessen. 400 Kalorien. Dann mein Musli, das war vielleicht 500, 600, sind 1000. Und abends habe ich dann noch mal Reis mit, äh, mit dem Eintopf da, mit Chili Sinkranen gemacht. Das waren dann 1800, 1900 ungefähr. Und, ähm, dann habe ich aber noch zusätzlich noch Müssli gemacht. Die Nacht. Weil das reichte ja irgendwie nicht und da hatte ich das Bedürfnis, ich müsste noch was essen. Ja. Furt dann ist es jetzt, ähm, dass ich momentan weniger Datteln esse. Ich komme mir länger mit der Packung aus. Ja, gut. Das war jetzt der Punkt 3. Vierter Punkt ist der Clue. Der Clue. Können wir kurz halten. Fand wieder nicht statt. Ja, warum nicht? Tja. Wieder zu sehr jedem Stress. Zu viel Rentearbeit. Zu viel Vegas. Und so. Ja. Ich sehe es ja immer noch in dem Buch von Harald Welser. Ich bin immer noch bei 33 Prozent ungefähr. Ich stehe immer noch vor dem Kapitel da über die Genossenschaften. Das Kapitel habe ich noch nicht angefangen. Damit sollte ich jetzt mal langsam zum Beginn. Ja, ich bin wieder überfordert. Es sind wieder zu viele Sachen, die hier gleichzeitig stattfinden. Und, äh, zu viele Sachen, die mich auch beschäftigen. Also die SSD einzubauen, dann die Grafikkarte, die Voraussetzungen da zu prüfen. Ich habe auch keine Ahnung von Grafikkarten und so. Und bisher auch habe ich da eine Recherche Nachholbedarf. Ja. Nächster Punkt, also TV. Fünfter Punkt. TV-Zeitgeschehen. Streaming-Dienste. Ja. Zeitgeschehen. Gestern wollte ich um 19 Uhr die Nachrichten schauen. Fielen aber aus, weil da Sport war. Und da brachten die Fußballer anstatt Nachrichten und das. Ich war dann gerade in der Pause und so. Dann habe ich da keine Nachrichten gesehen und ich glaube erst um 20 Uhr. Aber auch da kann ich mich nicht daran erinnern, was da eigentlich berichtet wurde. Ja. Keine Erinnerung. Keine Erinnerung. Ja. Wie kommt das? Da schaue ich so Nachrichten, so mit halbem, halbem Ohr. Es wird dann irgendwas berichtet, was sich nicht besonders interessiert. Ja. Und am nächsten Tag wirst du danach gefragt, was hat denn man gestern gesagt? Ja. Weiß ich auch nicht mehr so genau. Da kann man sich das mit den Nachrichten auch sparen oder vielleicht sind die Nachrichten auch keine Nachrichten, wenn sie irgendwie nichts Bewegendes vorbringen. Ja. Aber gestern habe ich einen interessanten Vortrag gehört von dem Sinn, Professor Sinn, der von dem IFO-Institut. Der hat also zur Lage der Nation dazu einen Bericht gebracht von der bei der Hochschule in München. Der war spannend, der war interessant und dumm war. Da hat also die wirtschaftliche Situation dieses Landes so dargelegt. Das war wichtiger als das, was ich in den Nachrichten gehört habe. Okay. Dann, ähm, dann habe ich TV. Ja, TV habe ich gestern gesehen. War eine Wiederholung mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem Film. Der hätte beinahe den Löffel abgegeben. Im Film natürlich nur, aber er wurde arg in Bedrängnis gebracht. Ohne eigenes Zutun. Er hatte gar nicht insistiert und so, sondern er wurde quasi genötigt dazu, da Stellung zu nehmen. Und das brachte ihn dann in eine, ja, in den Zusammenhang mit einer natürlichen Familie. Ja, da war also ein, einer, der ein Doktor, der hat dann so Medizin studiert. Und, ähm, ist aber dann am Frühflugstag dann nicht hingegangen, weil sein Vater gestorben war. Und wie dann herauskam war, was dann herauskam war, dass sein Vater eigentlich, der umgebracht wurde. Und zwar von seiner Mutter. Der hatte also Krebs im letzten Stadium und, äh, wollte sich trennen. Und dann hat die froh, die kurze Hand umgebracht. Weil sie wollte dann auch nicht auf die Rente verzichten. Weil sie sich neu verheiraten wollte oder so. Und das hat den Sohn natürlich mitgenommen, dass er also, ähm, dass er also, ähm, dass er also, ähm, dass er also, ähm, dass er die eigentlich, ähm, eigentlich, ähm, eigentlich hat er sein Leben nicht gar nicht gelebt. Und, äh, der hat jetzt da irgendwie in einem Wutanfall, ähm, einen anderen Menschen erschlagen. Und zwar an die Nachbarn, der da bei Borg im Haus wohnte. Den hatte er erschlagen. Und weil dieser Nachbar, der war homosexuell und war der Doktor jetzt nicht. Und dann fand er das Zumutung. Und dann hat er dann auch Wut aus Wut hin erschlagen. Ja, und, ähm, ähm, dann wurde er aber dabei gesehen. Und, ähm, ähm, die Zeugin, wo fand dann auch ihren Tod, war, wer die jetzt umgebracht war, war ungleich. Ich weiß nicht, ob jetzt die Mutter der Zweige war, aber auch die Mutter. Und die Mutter hätte auch beinahe den Borg umgebracht. Also, sie war dabei. Bis dann der Sohn sich ein Herz nahm und die Mutter umgebracht hat. Eine blutige Geschichte von Shakespearechen aus Maßen an, könnte man sagen. Ja, das war also der Film, den ich gestern gesehen habe. Die Wiederholung. Wodurch mal klar geworden ist, dass, ähm, dass so Familienverhältnisse, äh, so abseits von der, oder hinter der Fassade, von außen, da können sich ganz traurige Schicksale dahinter verbergen. Ja. Wie in diesem Fall, die auch Größtes dann in Kränzheiten hineinführen. Ja. Dann habe ich, da ich noch etwas Zeit hatte gestern, meine letzte Einheit, die brauchte dann wieder dreieinhalb Stunden ungefähr zum Rendern und dann fehlte noch eine Stunde ungefähr. Dann habe ich mir dann noch eine Einheit vom Stream in die Sonne geladen. Ich schaue da jetzt so eine neue Serie, die nennt sich Another the Life und ja irgendwie ziemlich flippig. Gefällt mir auch nicht, aber ist einfach mal so eine andere Art. Auf einmal haben die Frauen das Sagen und die Frauen und die Teenies und so, die sind dann da im Weltraum. Das ist mehr eine Komödie als dass es irgendwie ein ernsthafter Film ist. Die Emotionen sind so extrem halt irgendwie amerikanisch und die die Rollencharakteren, die da gespielt werden, die dienen wohl irgendwie so als Vorbild für ja für die Generation in Amerika. Ja, da hatte ich in der See einen Teifon gesehen und dann bin ich aber so um 0 oder 0.10 Uhr ungefähr, habe ich mich dann hingelegt. Dann war ich fertig mit dem Rendern, hatte alle Programme oben, alle fünf Stück und dann habe ich mich hingelegt. Zwei Stunden geschlafen müssen und dann wieder auf. Seit 2.30 Uhr bin ich jetzt auf, jetzt sind wir 8.30 Uhr. Ja, jetzt schaffe ich vielleicht noch ein paar Stunden und dann werden wir vielleicht um 14 Uhr, 13, 14 Uhr oder für sie wieder eine Runde schlafen nochmal. Ja, das glaube ich war es von gestern, ne? Also Ergometer bin ich gemacht, habe ich gemacht, gelaufen bin ich, gelaufen, gegangen bin ich. Das nennt sich zwar Laufwand, aber das ist natürlich der reinste Euphemismus. Es wird nur darauf gegangen und das noch beim Festhalten. Ja, und dann auch flott. Ja, ich komme ans Ende hier langsam. Ja, ich habe kein Thema mehr, mir fällt nichts mehr ein. Von daher sage ich immer Tschüss und macht's gut.